So hier irgendwo muss es doch sein, Mensch. Nein, das muss dort sein. Irgendwo dort, das weiß ich genau. So weit war es nämlich nicht weg. Verdammt, ey. Also dieses Gesuch ist immer wieder nervtötend. Hm, genau dort. Genau dazwischen, genau da. Hm, gibt es irgendwie noch was? Shopping, Kapitel 1, 13 Kapitel gibt es, interessant. Hm. Ah, das sagt ja noch nicht mal was von der Story aus. Ich glaube, hier wäre ich falsch. Wiese ist das verdammte... Hm. Dort ist der andere. Dort. Gut. Dann weiß ich, wo der andere schon mal ist. Der andere ist nicht dort. Der eine soll aber hier sein, das weiß ich. Lass mich zurück zu dem hier. Also irgendwo ist das hier... Oh, ich glaub's doch nicht, ey. Ich glaub's doch nicht, ey. Also die Tücher gehen ein langer Recht auf den Kegs. Das ist ein langer Recht auf ihn. Ich glaub ich, ich glaub's ja nicht, wo der andere ein will. Okay. Du Làn'n auf den Halterank. Ja, die befinden nen Halterank. Das ist schön für ihn. Bäh, ich glaub's ja nicht. Die wird's ja nicht. Ich glaub ich, ich glaub du schon mal nicht. Das ist schön für ihn. Ich glaub ich, dass das ist ja nicht. Ich glaub ich, jetzt werde ich die Huhte hier nicht mehr überlegen. das würde wehtun gegen die zu kämpfen also irgendwie fähig ich den politischen verlexier hier nicht ich weiß nicht warum na egal, geh ich erstmal dorthin und dann fahr ich weiter mit dem Auto weil mit dem Auto muss ich dann noch zu ein paar Stellen hin sag jetzt nicht, dass wir so'n Scheiß dann krieg ich ne Macke es wird schon wieder dunkel oh, ihr wollt mich doch verarscht das wird ein Kinderspiel ah, da ist es doch ah, ich dachte richtig, die ist mir markiert komisch, aber wieso ist das Anrichter, wo es sein soll sehr mysteriös was ist das hier nochmal ein Mega Phönix das Ding haut rein so, wo muss ich jetzt nächstes hin ich glaub, jetzt muss ich nicht wieder zum Auto willkommen beim Stream nicht wundern ich sammle erstmal hier alle Items ein das dauert ein bisschen dann gehts weiter also ich muss noch dorthin dorthin und dorthin noch in drei Stellen am Weg durch das ist gut so, das nächste Item liegt hier und ja, ich nutze das Lösungsbuch ist vielleicht ein bisschen scheiße, dass ich es nutze aber ich will so schnell wie möglich hier auch so, ich komme, hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an wir brauchen Licht ich grieße es auch ein bisschen so zu spielen aber man möchte auch nicht so gerne immer an Sachen so lange hier dran sitzen aber ich genieße es auch, muss ich ehrlich sagen es macht echt Spaß auch wenn man ein Lösungsbuch benutzt ok, es ist manchmal lustiger, wenn man alles selber findet jetzt gebe ich aufm gleich zu ist das lästig klappe zu, monster tot ach die ach, ich kann Bock drauf, die sind einfach nerfütend so, was sollen da nochmal Krammerzahn, Krammerzahn, Krummerzahn, Kramzahn aber keine Ahnung, was soll Krummsäbelzahn, nee, ach, ich weiß es nicht mehr irgendein Zahn soll da sein kann die denn vielleicht manchmal auch in einer Nacht da sein äh, nee, danke ich bin weg ich bin weg wieso soll ich gegen Level 2 da kämpfen, bin ich lebensmüde ah, da ist es ja ein Krummzahn das war's so, jetzt muss ich zurück zum Regal ja, wo muss ich dann hin also ich weiß, wo ich hier noch die Straße runterfahren muss erst mal zum Regal zurück so, das habe ich auch schon, oder? ja, habe ich verdammt muss ich jetzt nachgucken Inventar wieder prüfen Inventar wieder prüfen ja, habe ich gut gut, 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 gut gut, 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 gut hier hmm, 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 hmm okay, jetzt muss ich erstmal zu hauptstraße wieder ich muss zur hauptstraße scheiße na dann auf auf nacht nachts ist es zu gefährlich lass uns irgendwo übernachten es ist zu gefährlich ich kann dir zwar nichts verbieten aber überlegt es dir gut schei ah dieses mist natürlich in der letzten unterkunft keine ahnung gehen regalia rufen genauer rufen die regalia kostet 100 gilt von mir aus hallo da bin ich jetzt kommen wir dann fahren manuelles wahrnehmen das bekomme ich gerade nach hinten wo du dich nur aus er geht mir auf kekste Jetzt reicht's mir, jetzt geh ich echt zur Unterkunft, das bringt ja nichts. Ja, auch wenn es mir nicht gefällt, weil sie in der Nacht fahren bringt ja echt gar nichts. Gottverdammt ey, ich muss mich erst mal richtig aufpowern. So, machen wir hier rein, ja wir wollen übernachten. Na Okt, heute mach ich dich fertig. Meinst du in King's Night, Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Was soll das heißen? Level 8 erreicht. Sollen wir Party feiern? Nein, wollen wir nicht. Äh, uh, ne. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Find ich auch. Hehe, so macht man das. Na schon cool, wie du dich übers Schlachtfeld wurbst. Hm, ich glaub das Bild behalte ich. Komm schon schneller, ich will Autofahren. So, wesentlich kann ich jetzt was anderes machen. Jetzt brauch ich nicht mehr selber Autofahren, wenn ich nicht will. Automatisches, wohin. Äh, äh, was ist da oben? Ich glaub es war da oben. Nein. Karte. Ich glaub das war dort. Äh, ich guck sicherheitshalber nochmal nach. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oh ne, sogar weiter. Es war um genau zu sein sogar da. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Ups. Scheiße. Äh, kann man das abbrechen? Ichдержer. Ja, das prophecy. Ich schweste doch wieder. Ich würde mich auch besser an pressure. Nein, so bleibt ein. Ja. Ichاهbe. Die Leute über den Richtfunk worthstifiques.